Endlich ist es wieder soweit. Die eigenwilligste Kabarett-Show Deutschlands. Diesmal mit Alfred Dorfer und Kalle Pohl. Kommunikation ist nicht schlecht, aber ich möchte nicht drüber reden. Freuen Sie sich auf den Start der dritten Staffel von Ottis Aquarium. Wutte mich als Paterbraun. Am 17. Dezember um 21.50 Uhr. Nur auf Heimatkanal. Fernsehen mit Herz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017